hallo und herzlich willkommen zu dieser vollmond meditation im september im sternzeichen fische begibt dich in eine für dich bequeme position schließe deine augen und atme tief und langsam ein und aus lass deinen atem in deinem eigenen intuitiven natürlichen rhythmus fließen entspanne dein gesicht entspanne deine augen und deinen mund löse die zunge von deinem gaumen entspanne deinen gesamten körper spüre die gravitation der erde fühle wie die energie bei jedem einatmen von der erde durch deine füße in deinen körper strömt visualisiere wie du dich mit deinen imaginären wurzeln tief in der erde verankerst nun stell dir den vollmond am nächtlichen sternhämmel über dir vor stell dir das klare weiße beruhigende licht des vollmonds vor öffne dein herz für die allumfassende energie des vollmonds und des universums der mond la luna ist mit allem lebenden auf unserer erde verbunden und so auch mit dir nimm diese inspirierende verbindung ganz bewusst wahr der mond ist präsent und du bist nie allein erfahre diese spirituelle wahrheit dieses wunder tief in dir atme tief ein ein neuer zyklus beginnt und damit auch ein neues spirituelles wunder für dich ein wunder an dem du teilhaben kannst und mit dessen hilfe du deine spirituellen fähigkeiten entwickeln kannst nun stell dir all das vor was du nicht länger in deinem leben haben möchtest dinge über die du nicht mehr klagen willst dinge die dir keinen halt geben lehre und einsamkeit stell dir vor was du gern verabschieden willst weil es nicht mehr zu dir und deinem wundervollen lebensweg passt lass all diese unklaren energien und ängste los und ängste los was wünschst du dir aktuell aus tiefstem herzen neues in deinem leben auf welche wunder hoffst du nimm wahr wie diese wunder von dem licht des vollmonds zusätzlich mit positiver übersinnlicher und spiritueller energie aufgeladen werden lade all das neue das du dir wünschst freundlich in dein herz ein vertraue auf die universelle energie um dich herum und spüre wie sie dich auf deinem weg unterstützt begib dich in diesen energiestrom der deine persönlichen wünsche in erfüllung gehen lässt fühle wie all die wunder die du dir wünschst bereits beginnen in erfüllung zu gehen spüre es tief in deinem herzen und atme dieses gefühl tief ein nun stell dir wieder das schöne weiße licht des vollmonds vor spüre wie seine energie mit deinem spirit und deinem körper verschmilzt stell dir vor wie du von innen leuchtest und mit jedem atemzug sanft gereinigt wirst wie du aktiv aufgeladen wirst durch das licht des vollmonds mit jedem tiefen atemzug fühlst du die neue spirituelle kraft in dir wachsen und kannst und wirst sie für deinen persönlichen lebensweg intuitiv richtig nutzen glaube daran deine wunder werden wahr du bist nun aufgeladen mit der kraftvollen und neuen energie des vollmonds im september im sternzeichen der fische mit der kraftvollen und neuen energie des vollmonds im september mit der kraftvollen und neuen energie des vollmonds im september mit der kraftvollen und neue energie des seines